Ich möchte gleich mal anfangen mit einem Minecraft Let's Play, deswegen entsteh ich mal jetzt um eine komplett neue Welt, nenn ich Minecraft Let's Play, Spielmodus überleben, weiter Weltoption, an Standart, schieb raus und rot aus und jetzt sieht das Player. Das kann ich dann so weiter einfach ganz normal machen. Und ich werde dann ein paar durchschnittlich 50 Minuten aufmachen. Und ich werde erstmal hier in einer Ebene gespawnt, wo es zu einem Sumpf geht und ein Lava wie an der Oberfläche, das ist auch schon mal was süßes. Lava wie an der Oberfläche. Lava wie an der Oberfläche. Lava wie an der Oberfläche. Das erste, was mir gewinn macht, muss ist ... Holz. Na, spackt es rum. Holz spackt es ein wenig herum. Das darfst du vielleicht nicht sofort weggehen. Ich habe sogar den Abbau. Ich habe jetzt mal ein paar Holzblöcke. Auf Inventur. Und etwas Kids. Wo kann ich das machen? Aber direkt an der Lava liegt. Da wird immer das Holz abbrennen. Jetzt mal eine Spitzhalle aus Holz bauen. Hier haben wir schon eine Spitzhalle. Und da sind auch eine Achse. Die Achse und Molzen sollen. Abbau und Molzen sind in der Lava. Abbau und Molzen sind in der Lava. Und die Holzblöcke sind in der Lava. Weil die haben wir in den ersten Tagen gelassen. Ein Baum noch. Wie blöd, dass ich das verzögert habe. Weg! Weg machen wir das Holz. Ich mach die Dose hier unten rein. Und das Wasser hinein. Schafe sind hier auch schon mal gut. Heize Wolle. Ich hab jetzt hier 16 Eichenholzer, damit man eineinhalb sechs. Schafe einfach zu bleiben. Man hat wegen dem Lava hier. Hier ist auch kein Wasser. Hier ist auch kein Wasser. Hier ist auch kein Lava. Hier ist ein Wasser. Hier ist ein Wasser. Hier ist ein Wasser. Der Steck ist auch schon gebraucht. Dann müssen wir diesen Steck noch verbauen. Oh, der Baum hier ist nicht begann zu brennen. Das ist ein Risiko reicher hier. In der Nähe hier zu bauen. Von der Lava. Aber ich mach mal das. Die muss jetzt da. Die muss jetzt da. Die Stücke bauen. Ich lass das Haus am Anfang sogar zwei Blöcke hoch. Jetzt brauchen wir ein bisschen mehr Holz. Erst mit den Wett und zweitens Mühlen. Die Decke. Jetzt geht das jetzt sofort weg. Ich hab das jetzt mit dem Holz normalisiert. Ich hab das noch mal ein bisschen mehr Holz. Ich hab das noch mal ein bisschen mehr Holz. Ich hab das noch mal ein bisschen mehr Holz. Ich hab das noch mal ein bisschen mehr Holz. Und ich hab das noch mal ein bisschen mehr Holz. So, das ist jetzt ein bisschen mehr Holz gerade rein. So, der erste Tag. Wo ist die Sonne denn? Und die ist direkt über mich. So, es brennt hier alles ab. Ich leg noch ne Wolle rum. brennt hier alles ab und angegriffen wird jetzt mal zwei schwerter sondern ein schwert machen drei rolle haben die noch schaffe in der nähe drei wollen haben ja noch nicht ich muss mein bett ich muss mein bett ziehen Ich habe einen Schuh mit der Oma rein Ich habe einen Schuh mit der Oma rein Ich habe einen Schuh mit der Oma rein Reißen wir den Boden auf Das Bett wird schweben bleiben Das Bett schwebt Im nächsten Sinne werden wir noch eine Mine einsparen Das ich da sozusagen nach Rohstoffen wie Eisen, Gold und so weiter Als ich da habe kann Das Holz wird sich nicht reichen Dann schieben wir noch mal das Brett hier Ich weise die auch noch mal raus Ich habe einen Schuh mit der Lücke Ich habe einen Schuh mit dem Schuh Oh, ein Upgrade, ich hab die 2. 2 Upgrade, das ist auch gut. Ich muss die lauten, dass wir sonst noch ein bisschen ausbauen. Ich baue das auch später nochmal aus. Das wird erstmal Notunterstück, sag ich mal, für den ersten Tag. Da kann man auch leicht überfallen, deswegen will ich hier Erde hinhauen. Das Spiel, so wird das jetzt mal zugemacht. Das ist ein bisschen Holz. Ich werde jetzt nicht alles umwandeln, sondern nur ein Teil davon. Also, ich glaube, das ist auch so wie sonst hier. Ich muss jetzt hier um eins nach unten setzen. Wir nehmen den Boden später. Und wir werden erstmal warten, bis ich schlafen kann. Dann werde ich jetzt den ersten Tag enden. Ich baue hier meine Mine rein. Hier soll die Mine hin. Ich brauche ja auch ein bisschen Steine noch. Ich brauche ja auch ein bisschen Steinen für den Ofen. Und die Fackeln. Wenn man sich in der Kohle findet. Die sind sehr duster. Ich brauche 8 Steine dafür. Habe ich jetzt mal mehr als 8. 10 Stücke habe ich irgendwie. Jetzt kann ich nämlich auch Fackeln erstellen. Ofen hinsetzen. Bisschen Brennmaterial. Jetzt kann ich mal 2 Stücke verbrennen. 3. Ah, so ein Holzding. Eigentlich in einem Holzbrett reicht für 3. Also 2 reichen für 3 Vorgänge. 1,5 Vorgänge. Das muss man auch schon so wegnehmen. Das ist so. Jetzt habe ich Holzkohle. Jetzt habe ich Holzkohle. Jetzt habe ich Holzkohle. Jetzt habe ich Holzkohle. Und dann kann ich ein paar Fackeln hinsetzen. Und mit Beginn des Schlafens würde ich Part 1 beenden. Daherke. Daherke. Ja. Vielen Dank.